Die Pykes müssen große Pläne haben und bestimmt eine Abmachung mit dem Imperium. Da ist der Turm. Aber diese Energiebarriere könnte ein Problem sein. Gut, nix. Ab jetzt können wir Blaster benutzen. Ah. Das ist nice. Am besten irgendwie die erstmaligen Leute finden, die nicht sichtbar sind. Ah, das ist gut. Das geht aber echt krass. Das ist falsch, oder? Das kann man nicht. Das ist aber nicht hier. Da hängt es einfach nur nebenan. Wer ist das? Wehe, die zahlen mir dieses Jahr keinen Bonus aus. Das war's wohl mit Bonus. Obwohl, die ist nur bewusstlos, ne? Man, ich will leise schnell schleichen. Auf die Kamera. Lass uns das hochjagen. Nice. Dann gibt es wohl noch eins von diesen Dingern. Ja. Das Terminal. keine objekte auch abfallen lassen wer hat was zum maul ja das fass hoch das muss darunter Nichts. Hol sie dir, Kumpel. Nix, sie sehen mich. Bewegt euch! Liegt sie um! Haltet sie auf! Nix, verkriech dich! Jag das Fass in die Luft, Nix! Seh wohl! Sie ist mir entwischt! Lasst mich wissen, wenn Verstärkung befreit ist. Nix, geh zu dem Terminal. Sie ist weg! Shit. Ich bin nicht weg. Nix, geh zu. Nix, geh zu. Da, dann. Schnell. Nix, geh zu. Nix, geh zu. Nix, dringling! Nix, geh zu. Nix, geh zu. Nix, geh zu. Stief! Wir sitzen fest. Pflütt, ne? Hm? Granate! Über die rechte Flasche! Versperrt alle Aufgänge! Die sind hinter uns her! Oh shit. Oh shit. Tschö! 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 Such den Bereich ab! Jawohl! Mist! Nix! Fass! Das war knapp, hm? Nicht daneben schießen! Jetzt wirds laut nix! Das war knapp, hm? Das war knapp, hm? Halt sie auf! Halt sie das, Mimmi! Halt sie das, Mimmi! Die Flasche, er klappt! Halt sie das, Mimmi! Die flasche! Die flasche! Halt sie die nix! Ich bin dein Vater Merde Wie viel sind das aber auch Sie ist hier Schützt diesen Ort mit einem Der Pulo Bam Wer wird gesprengt mit dem Kumpel Wo kommt das her Hä Wo kam die Schüsse her Da stand doch keiner Ach nee Jetzt muss ich mir alles neu machen Ich hab 20 Teule Ich hab 40 Leute besiegt Wo bin ich denn jetzt Keine Ahnung wo ich jetzt bin Unsere Befehle werden jeden Tag abstruser Auf jeden Fall sind ja alle wieder da Alle 40 Leute sind auch da Eins Oh Oh, okay. Oh, sorry. Nicht zum Scheiß. Wir sollten uns eh wegen Crimson Dawn sorgen. Fehl. Eine Fehlbombe. Er ist versteht. Die Leiche des Anführers. Ich rufe Verstärkung. Achtung nichts. Alles klar. Wie halten die aus? Wir sind festgenagelt. Sie lassen nicht locker. Sie hören nicht auf. Ich rufe Verstärkung. Hey. Was sind die denn? Was ist die denn raus? Das ist crazy. So. Was ist die denn? Oh. Ich rufe Verstärkung. Die Wände sind weg. Oh. 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 Ich schaff dir in den Bereich! Ich kann dich immer aufhören! Versteffen! Trägt sich weiter. Schnappt sie euch! Kämpfe! Sie darf nicht entwischen! Los! Los! Ja! Was war das? Lasst euch nicht unter! So, komm ich aufhören! Unter! Sie um! Nicht nachlassen! Bleibt sie ab! Ach! Oh! So, jetzt ziehen wir auch schon mal. Sie ist mir entwischt! Boah, geschafft nix. Sieht gut aus, dann. Sieht gut aus, dann. Seht ihr was? Sie muss hier irgendwo sein. Ich sehe da nix. Hm. Nichts. Ich hatte eigentlich nix. Da lang! Schnell! Nix. Die Türen. Verprüf. Die sehen uns. Hey! Sieht nicht! Aktiviere die Deckung! Aktiviere die Deckung! Haltet sie auf! Schnell! Rückt vor! Nicht mit uns! Hier kommt nix rein oder raus! Mach ich! Richtig! Vorwärts! Hä? Feuer! Ich sehe sie nicht! Sieht gut aus. Hm. Nichts. Das ist nicht doof. Ich sehe... Hey! Herr Geisten! Nicht schon wieder! Ich sehe sie nicht! Wie sind denn das? Sieht gut aus. Mach mal auf, komm! Ich mache nichts. Bereit nix? Oh! So, haben wir noch zehn von denen? Schnell eine neue. Junge, Junge. So. Energiekerne deaktivieren. Eins und zwei. Wo haben wir die denn? Waren das die alle? Schoffel. Nichts. Geil. Er wird schon wie kommen. hier ist ein Schacht hier ist ein Leiter oh nein, die droppt die Waffe ja, was eine dumme Scheiße das ist eine dumme Scheiße Ja, hier sind was. Ehm. Ja. Zu tief bleiben. Aber ich finde die Luft. Oh. Okay. Gucken wir uns ein bisschen hier oben, ne? Wir haben jetzt alle Zeit der Welt, hoffentlich. Bis hier keiner Faxen macht. Ich reise auch alles auseinander. Und da waren wir ja eben drin. Hm. Okay, hier. Auf die Seite. Bisschen was besonderes. Hier ist noch was. Zu sabotieren. Was ist das da? Ah ja. Geschafft. Wen kümmert schon, dass wir gesehen wurden? Ach, das war genau auf der anderen Seite. Okay. Das müssen wir erstmal checken. Ach nein, jetzt bist du auch noch die Daten. Ey, ich hasse das Ding. Das ist aber... Mein lieber Schalier. Okay. Das ist mal so komisch gemacht. Hier kommen gleich welche rein, oder? the de 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 de. Denn, den de de de. Ne. Ach so, da sind grad einen. Schnappt grad hier. Treibsand! Es ist voll. Oh nein. Ah. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich es verstanden. Das ist immer alles, ne? Und dann? Oh nein, das Ding hat einen Alarm. Ach, die Datei ist bloß ein Spotschka-Rezept. Wurde ich reingelegt? Na schön, es soll sich ja lohnen. Oh, die ist verschlüsselt. Das mag ich eher. Nehmen wir mal den letzten. Nee. Okay, dann haben wir das, das, das. Okay. Dann haben wir es ja. Quasi. Nice. Und dieser Kanal ist absolut sicher, Herr Scharr. Bitte. Es braucht seine Zeit, jemanden wie Gorak zu stürzen. Wenn ich keinen sicheren Kanal einrichten könnte, wäre ich längst tot. Und nennen Sie mich Tesla. Also gut, ich bin Tesla. Ich bin ein Urlach. Wenn ich einem Freund einen Durchstoß verpassen soll, will ich die Person kennenlernen, die mir das Messer reiht. Natürlich, Gouverneur. Und der Alarm geht los. Wenigstens haben wir etwas. Ja, es kam alle. Deckung, Akkord! Zitten! Oh, wo sind wir da nur reingeraten, Kumpel? Oh, die haben den Aufzug gesperrt! Warte. Oh, die haben den Aufzug gesperrt! Mann, den Algorithmus ist scheiße. Na gut, äh, okay. Dann heißt es wohl klettern. Ruf oder runter? Was ist die Frage? Keine Angst, nix. Der, äh, nächste Auftrag wird besser. Seht echt Glück. Warte mal, war da was? Nö. Hier sollte man mal waschen werden. Was? Das ist ein bisschen ekler. Ekler viel. Boah, all dieses Alarmgeräusch kann ich nicht mehr hören, ne? Ohne Witz. Äh, äh, äh. Es gibt noch mehr von denen. Der Alarm wurde von innen ausgelöst. Verriegelt die Ausgänge. Alles abgeriegelt. Shit. Hol sie dir, Kumpel. Hä? Der Chavaracho. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, nein. 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 Nichts. Erstmal hier ein paar Sachen. Vielleicht die jetzt nehmen oder? Die hatten wir noch gar nicht, deswegen. Mal rein, wie das zu gehen. Was sind wir? Wow. Vorsichtig, nix. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich schaff das. ich will hier weg ich glaube wir sind in sicherheit nichts wahnsinn dass das geklappt hat wie schnell kannst du das schiff reparieren ich weiß ich weiß du willst aber die injektoren sind nicht billig wirst du bezahlt vielleicht kennst du jemanden der etwas für den beweis zahlen würde dass ein peik gorak stürzen will gorak würde was dafür zahlen diesmal nur meinen namen daraus hier ist einfach nichts da habe ich das schon genommen ich weiß nicht wo die fragezeichen köstet wir sind mir hier 14 13 meter unter mir angezeigt aber hier war ich ja schon manches muss man nicht verstehen es geht doch einfach die gleiter um meine fresse aber hier kann man wachbeziehen den blick kenne ich ich bin in der nähe von casinos aufgewachsen manchmal hört man besser auf ich weiß ich kann es schaffen ich brauche nur ein paar kredits den gewinn teilen wir ehrlich tut mir leid ich weiß wie das endet das gewinnspiel du musst an mich glauben gewinnspiel unterstützt sich nicht aber interessant dass man es machen kann schon gehört endlich vorax lieblings bochka rezept habe ich den test seines kunden bestanden fragt sie doch selbst das ist die lehrer von crimson da ist ich vorhin mit dir gesprochen du hast es geschafft das sollte mich wohl nicht überraschen man sagt du hast schon etwas viel größeres gestohlen ein schiff das lieblingsschiff von jemand wichtigem ich habe keine ahnung wovon du redest erkennst du sie sehr recht besch hat eine ihrer besten geschickt und die stellt eine menge fragen ein todesmahl von serik was hast du denen gesagt nichts bisher arbeite noch mal für uns dann bleibt es dabei die pikes haben hier das sagen und crimson dawn will das ändern die pikes sind die kart das glaub ich das sympathische ne die pikes sind die kart das glaub ich das sympathische ne ja klar kein problem hier treibstoff injektoren für das schiff das du nicht hast damit solltest du toshara verlassen können du weißt über alles bescheid was nur über alles was uns wichtig du hörst bald von mir also versuch am leben zu bleiben eine sache noch ja bremsbein verheilt sehr gut du bist jetzt in unserer welt bleib wachsam wir sind da zu leiten ich bin schon mit korak oh nein hey wo willst du denn hin ich will nur mit korak reden viel spaß korak dieser